Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Part von Kingdom Hearts Final Mix. Im letzten Part haben wir Nimmerland abgeschlossen, haben Captain Hook Ends auf die Mütze gegeben, waren in London, haben Big Ben und haben... konntet's fliegen. Und ich würde mal sagen, wir warpen uns mal in die Arena Zul-Ums, weil wir haben nach Abschluss der Welt einen neuen Cup freigeschalten. Und ja, fliegen wir da mal hin. Oder warpen uns hin. Beziehungsweise teleportieren uns hin. Das ist ja eigentlich das Selber, oder? Warpen und teleportieren. Egal, auf zum Heroin-Platz. Äh, Heroin-Platz. Ins Klosion. Und wir haben die Feenhaar verhalten. Ich möchte mich wieder seitdem auch noch mal angucken. Äh, äh, Ausrüstung. Die Feenhaar für... Sieht eigentlich ganz toll aus. Und ganz lieblich unsere... Sie besitzt eine... Füttt aufeinander von der Volltreffer aus. Und hier haben wir die Feenhaar für... Naja, sieht recht niedrig aus, aber... Ja, nicht so mein Fall. Muss ich mal gucken. Ich bleib mal bei... Kukur... Kukurutsu... Keine Ahnung. Reden wir mal mit, 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 mit... Mit... Hi. Zeit, dass der Junior-Held zum Bahnhelden wird. Yay, weeeeee! Ja! Okay. Aber wir können nicht lange fliegen. So. Ich will jetzt... Das ist ein Schatztor. Ist verschlossen. Ach, wirklich? Ähm, hi, du. Du kennst die Regeln, oder? Wir haben nicht den Herkules Cup freigeschalten. Und... Und... Ja, ich greif, weil ich... Weil ich nach dem Nachdenken bin, was ich jetzt tue. Wollen wir den Herkules Cup machen? Ich glaube, wir wollen den Herkules Cup machen. Also machen wir jetzt den Herkules Cup und wenn wir sterben, dann sterben wir. Bist du doch ein Kompromiss, oder? Zu dritt, natürlich. Warte, stopp! Ich will es nicht machen! Ich hab's mir anders überlegt! Ich hab's mir anders überlegt! Hallo! Hi! Warte, hier gibt's nur noch... Was? Ich hab's mir aber gerade anders überlegt. Gut, oder war das... Oder war das der andere Cup? Ich glaube, das war der andere Cup, wo... Was kommt? Was? Das will ich sagen. Ah, wir haben Tobsucht ausgerüstet. Nein, das möchte ich jetzt aber nicht... Wer hat denn in der Luft gestoppt? Ah, okay. Noch jemand? Nein. Ja, Donald. Mann, ich hoffe, man hört die Autos nicht hier vorbeifahren. Wie wahnsinnig hier. Och nö, och nö. Ich bin in die Luft. Und die springen mich gleich alle an. Ha, ha. Bye. Wo ist der wer? Ich seh' nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen paralysiert. Und der auch. Sonst ist hier keiner mehr. Zum Glück. Mach mir ein bisschen Cup-Action bevor es mit der Story weitergeht. Weil wir müssen ja noch nach Travers fliegen zu Sid, weil wir haben noch irgendein komisches Teil gekriegt, von dem ich nicht weiß, dass wir irgendwas kriegen sollten. Und ja, jetzt fliegen wir hier. Ich kann auch fliegen, guck mal. Oder springen. Ja, komm, ram mich in die Ecke rein. Ich muss mal gucken, wie man Abithilamin herstellt, damit wir uns da ein bisschen was davon machen können, damit wir ein bisschen mehr Ability-Punkte haben. Und unser Vita hat sich weiterentwickelt. Wir haben ja schon Vita... Vita? Nein. Nicht. Schlage nicht. Kapito. Gut Morgen. Jetzt finden wir schon Platz. Ich hab schon ein Gefühl, dass wir am letzten Platz ein bisschen problematisches Problem kriegen. So. Weil der Name sagt ja schon was. Ja. So. Au. 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 Die müssen ja noch die ganzen Welten und sowas... Was hast du jetzt getan? Ach so. Die Rutschattacke, das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich hab mir gedacht, aber was macht's doch, weil er tut so Radar. Das hab ich ihm nicht gesagt. Macht das nicht, bitte. Aber okay. Raffungie. Raffungie. Bye. Hör auf zu blocken, Mann. Hör auf zu reden, Cloud. Oh Gott, das macht, das macht mir Angst. Ich kann die Rutschattacke und du auch. Nur ein bisschen. Aua. Nein. Ich kann die Rutschattacke. Aber ich kann die Rutschattacke. Ich kann die Rutschattachen. Oh Gott, das ist es. Ich kann die Rutschattacke. ne? Wackle! Oh oh! Ah! Er kann fliegen! Ah! Er kann fliegen! Ah! Er kann fliegen! Er kann fliegen! Krieg dich mal wieder ein-klaut! Ah! Ich hab... Ah! 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 Ähm! Ähm! Das ist jetzt alles nicht passiert! Ah! 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 Ich glaub wir warten auch bis wir den Cut machen! Ah! Ah! Ich hab vergessen dass Clown auch dabei ist! Und dass Clown fliegen kann! Aber jetzt können wir mal die Platzierung ane angucken. Oh, wir sind Platz 5. Guck mal deine an. Ich bin das gerade irgendwie lustig. Ich habe vergessen, dass ich gerade auch mitmache. Wir fliegen nach Travers. Das ist doch schön. Wir kommen wieder. Irgendwann. Das macht mich gerade irgendwie lustig. Das macht mich gerade irgendwie lustig, ja. Ich finde das gerade irgendwie voll lustig. Ähm, ähm, Travers. So. Ich finde es immer noch lustig. Ich habe vergessen, dass er fliegen kann. Pseudo-Flieger. Vielleicht, vielleicht, vielleicht können wir ja was schmieden. Wann nur vielleicht. Und, und sit nochmal. Ach, egal. Oh, ich will dieses Skizzer-Ding hier haben. Informationen. Wow, ein Kostal. Bäh. Hi. Schmieden. Nein. Warum kann ich es nicht mehr noch nicht schmieden? Ich möchte davon gar nichts haben. Ich bin halt nicht mehr. Ich bin, ich kann es nicht mehr. Ich bin, ich bin, ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Spicken, Spicken. Achso, das ist dieser komische Freak da. Und Apithilamin. Wir brauchen... Oh Mann, wir könnten das schmieden! Wir könnten das schmieden! Woher kriege ich Methyl? Ernsthaft. Wut-Tropfen. Wut-Tropfen. Aha. Okay. Einen Donner-Tropfen kriege ich doch von diesen komischen Zipfel-Mützen da. Ach so, mal. Aha-Tropfen. Das kriege ich von dem komischen Ding da, ne? Ich finde es nicht. Was, wo ich ihn jetzt überhaupt nicht so? Achso. Was ist das Gericht von diesen pinken Blöden? Und dann bin wir mit Trüden. Wir und hier fast überall nur eins fehlt. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Okay, da fehlt ein bisschen mehr. Zwei Stück. Ah, das haben wir schon geschmiedet. Das ist egal. Ich. Okay, ich lasse es. Gehen wir zu Sit. Nein, gehen wir zu Merlin. Merlin ist wichtiger. Merlin, 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 Merlin. Ich müsste mich mal jetzt aufmachen, diesen ganz Spezialkinder zu machen. Ich habe davor auch schon versucht, ein bisschen was zu machen. Man, bis auf die Chimäre, aber die sind ja auch um einiges leichter. Als manch andere. Oh, wir gegen ein Duro spielt da. Das muss ich ja gut gebrauchen. Ich finde es halt doof, dass man da nicht so Spezialkinder besiegen muss. Das ist, dass man sich irgendwie einstellen kann. Ob man bei der Itemherstellung leicht haben will oder schwer haben will. Ja. Wenn ich Cooler hätte... Das geht mal schnell mal weg. Hätte ich Cooler gefunden, wenn sie so gemacht hätten. Aber okay. Man kann ja nicht alles haben, ne? Ne. Oh. Doing. Dam, 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 dam. Hallo. Wir könnten mal wieder in die Winnie-Pup-Welt gehen. Haben wir ja eigentlich einen neuen Stern. Das weiß ich gerade gar nicht. Ähm. Oder haben wir schon alles? Das weiß ich nicht. Hi. Ja. Ne, haben wir nicht. Die Re-Welt ist immer noch verschwunden. Das finde ich echt atemgeraubend, dass es in der Welt verschwunden ist. Dafür kann ich sie jetzt... Kann ich... Das habe ich schon im letzten... Vor zwei Parts gesagt. Dann muss ich dich bei wem anderen beschweren. Dann gibt es das gelbe... Ich weiß nicht auch schon, wo mir das gelbe Triod... Oh mein Gott, Kamera! Ich ziehe die blöde Kamera nicht weggetreten, ne? Das sieht so dämlich aus. Warte, muss ich jetzt wieder da ganz vorne schwimmen, oder kann ich da auch irgendwo an Land gehen? Warum kann ich da nicht irgendwo an Land gehen? Man kann sogar nicht aus dem Wasser rausspringen? Nein. Ich muss echt wieder ans andere Ende schwimmen. Och, Mann. Wenn man nicht diese blöde Kiste aufmachen kann. Oh, Mann. Jetzt rammt mich sicher so ein Stein. Ich sehe es schon kommen. Lass mich da rein, so. Wee! So, ich versuche das jetzt nochmal. Und ich hoffe, die blöde Kamera dreht sich nicht einfach wieder irgendwo anders hin. Ach. Gotcha! Oh, wir haben Welpen gefunden! Eins, zwei und drei! So, gelbe Triod, ich habe ihn leider noch nicht. So. Wie viele Welpen finden uns hier noch? Was? Genau. Dann Martina. In Travers finden wir nur mehr 0. In Dschungel finden wir uns 3. In Agrabah finden wir uns 9. In Hellowintown finden wir uns 9. Äh, äh, ja. Okay. Passt. Dann gehen wir mal zu City Boy. Machen wir es doch weiter voran. Hm, hm, hm. Wer ist anders an, scheint nicht funktionierend. Oh, da muss ich rein. Nein, da muss ich nicht hin. Spontan anders überlegt. Wir müssen in die Kurve hier. Und in unsere Route her. Oder? Nein, hier ist nun Heilion. Dieser Staat hat alle... So, auch ein Schlüsselloch. Beheil dich, Sora. Die Herzen sind immer stärk... Ich hab das Schlüsselloch doch schon versiegelt. Du Blitz... Was ist da? Achso. Ich hab Jufi nicht gesehen. Zeig uns, wie es gemacht wird, Meister Schlüsse... Ich bin kein Meister. Hallo? Ich bin kein Meister. Und ich werde es auch nie werden. Spoiler. Fliegen ist ja auch was Schönes. Nun kann ich nicht durch... Gegen Türen fliegen. Oder durch Türen, meine ich. So. Und die ganzen Chotechs müssen wir auch noch sammeln. Die ganzen Almatien, das werden wir vielleicht alles noch vor... Äh, nach der Story machen, die wir es dann haben werden. Buch? Hi. Wie soll es jetzt? Habt ihr den anderen Teil gefunden? Lass mal sehen. Von was überhaupt? Okay, wartet hier. Ich baue jetzt sofort ein. Wohin gehst du? Hallo? Hallo? Ja, komm. Geh doch... Wie noch strammer. Ich baue jetzt. Nun, erinnere dich, was Donald gesagt hat. Keine Frömmung, keine Schmerzen Füße. Wie kannst du so glücklich sein? Es ist noch kein Zeichen von deinem König. Nichtsdestotrotz? Der König hat uns gesagt, zu holen und zu holen. Und wir haben dich gefunden. Also, wenn wir zusammenhängen, wird alles gut funktionieren. Du musst nur glauben in dir selbst, das ist alles. Nur glauben. Ich glaube in dir. Das ist es ein Schmerzen Füße. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020